Möchten auch Sie in nur drei Terminen Ihren Patienten kosteneffizient zu einer hochwertigen Zahnprothese verhelfen? Mit den digitalen Zahnprothesen Straumann-Kerstincha wird das möglich. Bei einem ersten Termin in Ihrer Praxis unterfüttern Sie die bestehende Prothese Ihres Patienten. Danach scannen Sie Prothese und Kiefer von beiden Seiten und erstellen Fotos des Gesichts des Patienten. Dabei sollte der Patient stehen oder sitzen, die Augen geöffnet sein und jeweils ein Bild mit Lachlinie und eines mit Wangenabhalter entstehen. Schließlich senden Sie alle Daten an unser Schweizer Dentallabor Edcon in Rheinfelden. In unserem Dentallabor Edcon werden die Daten Ihres Patienten nach Erhalt aufbereitet und eine entsprechende Prothese designt. Danach wird in der Produktionsstätte die Try-In-Prothese hergestellt und wieder in Ihre Praxis gesendet. Beim zweiten Besuch Ihres Patienten findet die Einprobe der Prothese am Patienten statt. Passt die Prothese, senden Sie eine Produktionsfreigabe an Edcon. Ist eine Korrektur nötig, senden Sie die nötigen Korrekturdaten einfach an Edcon. Bei Edcon werden allfällige Anpassungen vorgenommen, danach die finale Prothese hergestellt und anschließend bequem in Ihre Praxis gesendet. Im dritten Termin können Sie bereits die finale Prothese bei Ihrem Patienten eingliedern. Schenken Sie Ihren Patienten ein unbeschwertes Lächeln und starten auch Sie mit unseren digitalen Zahnprothesen Straumann Care Stenture. Senden Sie uns Ihre Anfrage unter www.straumann.ch slash denture